Hallo, das ist unser neuer 3D-Druckservice für Verschleißzeile bis zu einer unglaublichen Größe von 3 Metern. Wir bieten hier einen 3D-Druckservice an, wo wir große Verschleißzeile aus unseren Eglidor I150 oder Eglidor I151 für Kunden anfertigen. Wie wir es hier sehen, ist es hier sehr einfach ein Leichtbaudesign zu machen. Dadurch können wir bis zu 80% Material einsparen und damit natürlich auch bis zu 80% Druckzeit einsparen. Und ja, da wo ich eine sehr hohe Genauigkeit benötige, können wir dann auch lokal Nacharbeit machen. Und damit haben wir einen super 3D-Druckservice für Verschleißzeile von bis zu 3 Metern Größe aus unserem Igos Tribofilament mit einer Verschleißfestigkeit von bis zu Faktor 50 höher wie normale 3D-Drucksmaterialien.